Es gibt wachsende Armuts in Deutschland und die wird immer größer, wenn die Regierung nichts da tut. Hier so sitzen und nach Geld fragen, schnurren. Diese Schere zwischen die Schichten, ich meine, ist größer. Der Prozentsatz derer, die reich sind, ist halt nicht in jedem Land gleich groß. 15 Prozent aller Deutschen gelten als arm. Wir wollen, dass jeder ein menschenwürdiges Leben auch führt. Die lügen nicht auf Deutsch gesagt wie die anderen Banken. Wir müssen auch von den Armen erwarten können, dass sie Leistungen für ihr eigenes Vorwärtskommen erbringen.